Okay, das wäre erledigt. Als nächstes geht es nach Witten. Alles klar. Wir fahren jetzt zu Christian Hades, Handwerker aus Witten. Ein riesen BVB-Fan. Der denkt jetzt, es kommt ein Stiebel-L-Tron-Techniker vorbei. Was er allerdings noch gar nicht weiß ist. Ich bin auch mit dabei und ich freue mich. Los geht's! Hallo Herr Hades, die Jungs von Stiebel-L-Tron wären da. Herzlich willkommen in Witten. Dankeschön. Ich habe mal Plakikanten mitgebracht. Nein! Ich fall vom Glauben ab, der Überraschungsgast. Hammer, ich dreh durch. Das ist jetzt mal Spaß beiseite. Das ist jetzt wirklich eine Überraschung. Ich habe mit allem gerechnet, aber damit ganz sicher nicht. Und das mit der Wärmepumpe überlassen wir besser den wahren Profis.